Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur UML, der Unified Modeling Language. Heute geht es um Assoziationen. Assoziationen sind was wunderbares und sind relativ wichtig, um irgendwelche Abhängigkeiten zwischen Klassen aufzuzeigen. Und deswegen fangen wir direkt an, starten voll durch. Wir erstellen uns eine neue Klasse und nennen diese Klasse einfach mal Video. Die hat jetzt natürlich Haufen weiß Attribute und Funktionen und so weiter und so fort. Die wollen wir aber gar nicht alle darstellen. Es geht hier einfach nur um das stinknormale YouTube Video, das ihr so angucken könnt. Ihr könnt da gerne noch ein bisschen mehr drum herum modellieren, wenn es euch Spaß macht. Wir wollen jetzt allerdings hier ein bisschen was anderes machen. Und zwar wollen wir eine gewisse Abhängigkeit zeigen. So, ich baue hier nämlich jetzt mal ein neues Attribut. Und zwar ist das eine Liste an Videos, nämlich eine Likes. Ich gebe jetzt sogar mal den Typ an, damit wir gleich sehen, zu was das führt. Und zwar, diese Like-Liste ist eine Liste an Videos. Warum eine Liste? Naja, ich meine, es kann ja immer wachsen, es kann weniger werden, es kann mehr werden, es kann relativ schnell sehr, sehr sich verdoppeln oder sowas. Und das kann ich mit Arrays nicht unbedingt so gut modellieren. Deswegen eine Liste, es ist ja auch mehr als eins, deswegen brauchen wir auch eine Liste oder ein Array. Und da es ja dynamisch wachsen muss, nehmen wir einfach eine Liste. So, und jetzt macht man das in UML nicht so. Es ist furchtbar, wenn man das hier so macht, denn dann müsste man ja irgendwie sich im Kopf die Abhängigkeit darstellen. Deswegen schmeißen wir das hier direkt wieder raus. Aber ihr wisst jetzt, was wir darstellen wollen. Sozusagen die Like-Liste. Gleichzeitig bekommt das Video hier aber auch ein Attribut. Und zwar hat das Video eine Anzahl an Nutzern, die es geupvotet haben. Ist auch eine Liste im Prinzip. Also ich schreibe das jetzt nicht hier hin. Es ist eine Liste an Zuschauern, die dieses Video geupvotet haben. Apropos, wo wir gerade dabei sind. Ihr könnt dieses Video hier auch ganz gerne abvoten, nicht vergessen. Okay, warum sollte man eine Liste an Zuschauern speichern? Naja, sagen wir mal, ich abvote irgendein Video. Und 10 Jahre später komme ich da wieder drauf und finde dieses Video mega geil und möchte es nochmal abvoten. Und dann kann ich das nicht nochmal machen, weil ich es ja schon mal gemacht habe. Das heißt, das Video muss an sich noch wissen, hey, der und der Zuschauer hat mich schon geupvotet. Das heißt, das Video muss sich auch speichern, wer es alles geupvotet hat. Okay, so jetzt diese Abhängigkeit stellen wir da mit diesem wunderbaren Pfeil hier. Assoziationen, zwei Klassen werden miteinander assoziiert. Und da einfach mal drüber fahren und dann sehen wir hier diesen kleinen Pfeil hier, der übrigens falsch rum ist. Ich hätte den ganz gerne andersrum. So, und jetzt steht hier Name. Was bedeutet Name? Name ist quasi die Assoziation, die wir hier erstellt haben. Und die Assoziation hier ist, hat geupvotet. Also, in unserem Fall jetzt. Ich weiß furchtbares Deutsch, normalerweise schreibt man das ja auch auf Englisch. Aber das macht, glaube ich, so nichts. Hat geupvotet. So, was das jetzt bedeutet, ist folgendes. Ich mache hier ein bisschen mehr Platz rein. Das bedeutet, der Zuschauer, deswegen wir lesen es in diese Richtung, wo der Pfeil steht. Man kann natürlich auch den Pfeil weg machen. Aber so, Video hat geupvotet Zuschauer, naja, tut sich ein bisschen schwer. Ja, deswegen ist es so vielleicht ein bisschen sinnvoller. Der Zuschauer hat geupvotet Video. Okay, naja, was genau bedeutet das jetzt? Wir haben hier eine Abhängigkeit zwischen Zuschauer und Video. Aber wir wissen immer noch nicht, wie viele Videos hat denn der Zuschauer jetzt geupvotet. Muss ich das Ganze jetzt intern in meinem Code als ein normales Attribut, also einfach ein Upvote und dann Doppelpunkt Video vom Typ haben? Nein, ich wollte eigentlich eine Liste an Likes haben. Und diese Liste an Likes, die muss natürlich auch irgendwie modelliert werden. Und dazu gibt es diese Rollen und Multiplizitäten. Rollen geben an, wie soll das Attribut dann heißen? Und die Multiplizität gibt an, so und so viel davon gibt es da drin, also in unserer Variablen dann am Ende. Das heißt, wenn ich jetzt hier eins reinschreibe, dann steht da, der Zuschauer hat ein Video geupvotet. Ja, macht nicht viel Sinn. Wir wollten ja sagen, wir wollten beliebig viele. Das heißt, ich könnte hier sowas wie 10 reinschreiben. Immer noch nicht besser. Was man stattdessen macht ist, man hat entweder 1 bis unendlich viele oder man schreibt einfach 0 bis unendlich viele oder wenn man dieses 0 bis unendlich viele hat, dann kann man auch einfach einen Stern schreiben. Stern bedeutet also, ich habe beliebig viele Videos geupvotet. Und das ist dann ungefähr die typische Darstellungsweise für eine Liste, während 10 die typische Darstellungsweise für ein Array wäre. Das heißt, intern würdet ihr so ein Sternchen immer als Liste und so eine feste Zahl immer als Array werten. Okay, gibt natürlich auch noch so Sachen wie 1 bis 100 oder sowas. Aber ja, wir haben jetzt hier Sternchen. Das heißt, wir wollen beliebig viele Videos geupvotet haben. So, also Zuschauer hat geupvotet so und so viele Videos. Jetzt muss das noch irgendwie beim Zuschauer gespeichert werden. Und zwar als was? Wie nennen wir unsere Variable, die wir hier erstellt haben? Und das war bei uns vorhin die Likes-Liste, falls ihr euch noch erinnert, die Likes-Liste aus Videos. Also, Likes. Okay, also Likes-Sache ist Implementierungssache hier. Die Sichtbarkeit Public-Private-Protected wollten wir, wie gesagt, noch nicht benutzen, weil das Ganze hier ein konzeptuelles Klassendiagramm ist. Und ja, passt wunderbar. Jetzt können wir noch Folgendes machen. Wir zeigen den Pfeil an. Und dann bedeutet es, der Zuschauer hat geupvotet das Video oder hat geupvotet beliebig viele Videos. Und das wird als Likes gespeichert beim Zuschauer drin. So, jetzt hatten wir aber vorhin darüber geredet, dass man als Video oder dass man in der Klasse Video auch noch speichern muss, wer alles dieses Video geupvotet hat. Das heißt, man muss hier gleichzeitig noch die andere Richtung darstellen. Und das heißt, wir brauchen entweder beide Pfeile oder gar keinen Pfeil. Das ist dasselbe. Wenn man einen Pfeil hat, dann ist es nur in eine Richtung. Das heißt, die Zuschauerklasse bekommt eine Liste oder ein Attribut vom Typ Video. Hier in unserem Fall eine Liste an Videos, weil es beliebig viele sind. Aber das Video bekommt keine Liste an Zuschauern. Was wir aber brauchen, ist tatsächlich beides. Wie gesagt, Grund haben wir vorhin schon besprochen. Das heißt, wir müssen die Seite B hier auch noch ausfüllen. So, und jetzt, was wir hier brauchen, sind ja mehrere Zuschauer. Das heißt, wir wollen wissen, also erstens mal, wir können ein Upvote haben, wir können null Upvotes haben, wir können unendlich viele Upvotes haben, nein, unendlich viele nicht, aber wir können sehr, sehr viele Upvotes haben. Und deswegen packen wir hier auch ein Sternchen rein. Und jetzt lesen wir das Ganze quasi umgekehrt. Wurde geupvotet von... Und dann sagen wir hier vielleicht Liker dazu. Das heißt, der Zuschauer ist der Liker des Videos. Und ja, liest sich jetzt ein bisschen furchtbar, weil wir hier als Zuschauer da drüben gucken müssen. Und als Video müssen wir hier gucken. Aber das Video bekommt am Ende ein Attribut hier drin, vom Typ Zuschauer, beziehungsweise vom Typ Liste von Zuschauer, weil es Sternchen viele sind und die nennt sich dann Liker. In unserem Fall jetzt. Kann man natürlich auch noch vielleicht ein bisschen schöner benennen, aber naja, passt schon. Okay. Und wie gesagt, die Multiplizitäten geben dann an, wie viele davon ihr habt. Also ihr könnt dann wirklich alles machen. Ihr benutzt normalerweise immer zwei Punkte, um von bis anzugeben oder ein Sternchen, um beliebig anzugeben. Das heißt, drei Punkt, Punkt, Sternchen bedeutet so viel wie drei bis beliebig viele. Also von mir aus auch unendlich viele, aber nicht weniger als drei. Also zwei und eins geht nicht. Minus eins geht schon mal gar nicht. Ähm, ja. Okay, wunderbar. Minus eins geht übrigens sowieso nie. Null ist das Minimum, was hier überhaupt irgendwie möglich ist. Okay. Ähm, das sind Assoziationen. Die könnt ihr jetzt gerne mal überlegen, ob ihr irgendwelche anderen sinnvollen Assoziationen hier habt. Ähm, und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.